Victoria Beckhams kleine Schwester arbeitet in einem Corona-Sinter. Luise Adams lebt ein völlig normales Leben, gutes Tun und sich nicht auf dem Ruhm der eigenen Familie ausruhen. Dieser Devise scheint Luise Adams, 36, kennen Sie nicht? Luise ist die kleine Normalo-Schwester von Modedesignerin und Sängerin Victoria Beckham, 6. Und während die beiden Frauen zumindest ihre jeweils vierköpfige Kinderschar miteinander verbindet, führt Luise ein völlig anderes Leben als das Ex-Spice-Girl, nämlich von ab der Aft. Neuerdings soll sie sogar in einem Corona-Sinter arbeiten, wie das Video oben zeigt. Sie will Gutes tun, während Schwester Victoria derzeit aufgrund der weltweit anhaltenden Pandemie um ihr Mode-Label bangt, hat sich Luise etwas Besonderes überlegt. Sie will Gutes tun. Mit Maske und auffällig greller Sicherheitsjacke ausgestattet hilft sie deshalb derzeit in einem Corona-Test-Zentrum, Wo sie Autofahren erklärt, wo sie ihren Test macht, die Bilder zeigen wir oben im Video. Ob Luise zusätzlich finanzielle Unterstützung von WIG erhält, ist übrigens unbekannte. WIG erhält, utilis Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!